Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Lara Croft and the Guardian of Light zusammen mit Wirbelsturm LP. Hallöchen! Und das letzte Mal haben wir die Drehbrücke abgeschlossen, jetzt geht's in die feurigen Tiefen. Das klingt sehr einladend. Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir gucken, was uns da erwartet. Ja, komm, der Jahreszeit ist doch ein super Ausgleich. Ja, perfekt. Draußen liegt Schnee. Wir haben hier die feurigen Tiefen. Und hier liegt Lava. Ja, wunderbar. Ist doch super. Heilen Sie die rollende Kugel, stand da gerade. Die rollende auch noch? Die rollende? Könntest du irgendwie nachgucken? Folge. Was sagen wir? Spiel fortsetzen. Vielleicht bei, äh, ja, bei Select. Ja. Da, heilen Sie die rollende Kugel. Und opfern Sie dem Skorpion Wappen drei Skelette. W-w-w-warte mal. Da steht jeweils Windtrommel und Gesundheitspower ab und so da und drunter. Das heißt, wenn wir das Zeug auch noch machen, dann kriegen wir auch jeweils noch eine coole Belohnung. Das fällt mir ja auch erst jetzt auf. Oh ja, mir auch. Ja, gut. Zehn verpart und uns fällt jetzt erst das Ganze auf. Okay. Kann man mal machen. Da sind wieder mal die Vollprofis am Werk. Immer. Immer. Okay. Diese liegt ja schon Heilung rum. Ja, das wundert mich auch, weil ich bin, man ist doch dann immer direkt erst mal geheilt. Ja, eben. Ist das so ein... Ne, das kann doch nicht schon wieder ein Boss sein. Oder wer hat noch erst vorletztes Level ein Boss? Ne, weißt du, erst vorkämpfen und dann kommt irgendein Riesenvieh und du darfst alles wieder zurückkriegen. Das wär's doch jetzt. Oh. Oh. Geschmolzene Lava. Ihr alten Götter habt wirklich einen Sinn für Dramatik. Die Zeit wird knapp. Der Spiegel wird stärker, je näher die Dämmerung rückt. Gehen wir weiter. Du bist eine tapfere Frau. Seltsam, aber tapfer. Ich kann nicht von dir verlangen, weiterzugehen. Der Weg vor uns bedeutet den sicheren Tod. Ich will nicht, dass dir etwas geschieht. Ich kann schon auf mich aufpassen. Versuch einfach, mit mir Schritt zu halten. Weißt du, woran mich das erinnert? Ja. Äh, Assassin's Creed 2, als man zum ersten Mal diesen Diebsanführer da getroffen hat. Ja, die... Ihr solltet doch Schritt halten, was tut ihr denn? Ja, ja. Also, deiner kann ja wahnsinnig gut Komplimente machen, ne? Muss man schon sagen. Mhm. Ja, so bin ich halt. Mhm. Mhm. Ja? Ne? Aber diesmal hatte ich nur... Oh, ordentliche Atmischung. Dann komm ich nur zurück. Hä? Äh. Äh. Warte? Äh! 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 Irgendwie... Nicht so richtig. Wird das nicht. Näh. kann ich springen und dann in den schießen schade also wird es dir wahrscheinlich auch nichts bringen oder da muss man also irgendwie anders hinkommen ja das ist es nicht es sein warte mal ist wir kommen ein stück zurück weil hier ist ja eine treppe vielleicht von hier aus da auf gut glück was hinschießen das ist ja dann höher schauen wir mal ob ich das getroffen habe ich weiß nicht ob so geplant ist aber es hat funktioniert nicht vorstellen aber aber nehmen wir ja wahrscheinlich hätte man von hier dann irgendwie zurück ja man hätte zurück springen sollen aber du kennst mich ja scheiß drauf ist das spiel mal vor ihm eigene lösung du müsstest mit anzahl überschleunter links verzeihung den ring habe ich irgendwie nicht gesehen schön dass es das seil nicht zerbörnt ja ne warte ich komme lieber hier runter ja ich bin jetzt rüber gelaufen ohne irgendwie drauf zu achten hättest du mann von anfang an mein seil genommen ja aber ich habe mich nicht in der mitte runter zu springen und wie soll ich jetzt dich rüber bekommen hast du das bringt es nur hoch ja ich wollte gerade noch mal ich habe zuerst gar nicht gesehen was der macht ich auch nicht das bringt ja nichts ich kann dich ja nicht irgendwie rüber ziehen sollte man weitergehen ja mach mal ohne ich habe eine idee ich muss wieder zurück holen wir mal das genau schön dass es das seil nicht zerbörnt wenn ich zurecht getraut ich glaube ich könnte mal zu hier kommt noch nicht drum rum ich wollte es sonst ein ding ist ein dinge an die mann setzen dann mache ich es trotzdem mal vielleicht klappt es ja trotzdem irgendwie es ist du jetzt solltest du aber nicht hinläuft ja jetzt kannst du dich warten der himmel fällt mir auf den kopf danke irgendwie war ich zu blöd darunter zu springen kannst du da mit dem mit dem ding ist was anfangen mit dem mit dem sperrte ich da rechts oben von dir gesteuert hat kommst du da hoch warte mal genau 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 drauf genau drauf du musst mir da was in die wand piksen ich versuche es aber ich treffe nicht zurecht hat ein stück hier rüber gehen so ist genau drauf genau drauf bitte ach so ne klar alles klar ich weiß jetzt was du meinst und warum du verwirrt war genau genau in die wand er sagt halt was hab ich doch ja ja wer kennt das spüche alles klar wir haben not thinking wirst du das sieht nicht gesund aus ich gehe schon mal rüber ja ich habe keine ahnung was ist gemacht wahrscheinlich da auf ja wir rennen einfach mal ja das wird es gemacht haben ja ja ich glaube das feuer war ja das hat das feuer ausgemacht ja warte mal ich gehe mal nach hier oben rechts weil dann kann ich vielleicht sogar direkt rein kommst du nach oben rechts noch weiter ja natürlich einfach mal schieben weil du kommst ja dann eh automatisch mit das ist wahr okay oh gott alles klar okay irgendwas hat die halt entgegen ja ja ich dachte na ja ja es ist nur mit laufen statt gegen laufen na ja ich wollte nur was was gucken aber als sie dass sie können ja ja das wollte ich ja du kannst dann die nächste schon mal nehmen und ich nehme diese hier ich roll dich um gehen sie bitte weg nein ich verfolge dich mein schatz mein schatz mein schatz okay dann geht es da runter okay ich glaube wir müssen davon kommen ja ich hatte dich gewarnt ach da war der ok ich wollte erstmal eine ehrenrunde mitlaufen so was haben wir das schönes machen ja turbo heilung munitionierung was habe ich jetzt dran streichen das ist hier unten bei reliquie ja oh das klingt nice turbo und habe ich ja ich muss auch mal was auch immer munitionierung heißt aber es scheint irgendwie die munition zu verbessern keine ahnung dass man mehr tragen kann oder weniger schnell verbraucht oder so und das ist ja für mich genial einfach mal rein ich habe es auch einfach mal rein gemacht mit heilung und es hatte drei plus ein turbo also dieses jahr deswegen wow ah hier war irgendwas bei sich denn ja springen sie auf alle sechs auf die auf alle sechs plattformen hat es geklappt vor allem ich war dann ist bei mir auch schon wieder da ja ich würde doch gleich sagen betrug ich bin noch gespawnt ja ich glaube auch noch einig idiot ich wollte das müsste ja jetzt hoffentlich gespeichert bleiben ja ich wollte gerade dieses lebens upgrade holen ja mir ist es dann auch aufgefallen ja wir sehen es ja jetzt ob sich noch aktiviert oder nicht also es hat gespeichert also es hat gespeichert es müsste eigentlich oh nein ich habe mir gerade auch gedacht deswegen falsch gesprungen aber ich glaube die treppe da war richtig läuft wir sind ja auch hier richtig komm jetzt kommt der speedrun hier ja ist okay ist du hi hi äh ich lasse dich mal vor oh deswegen ich habe mich gerade schon gewundert oui ja jetzt könnte ich nicht warten ich gebe es dir zu ich bekenne mich schuldig ja ne oh 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 ja okay ich glaube mal mit hier was da war doch gar nichts bei mir auch nicht oder hat der mich mit seiner riesen pranke etwa noch erwischt anscheinend was für eine hitbox alles klar übel übel brachte dübel und verschwand elegant in der wand der dübel stu was der dübel oh gott ich habe irgendwas eingesammelt alles oh gott du lässt mir voll das feuer ne ja aber ich lebe noch was haben wir da ja ich auch ich wollte gerade drauf schießen ich wollte gerade nur gucken weil ich da was neues eingesammelt habe hier da den chain gun chain gun oh warte ich habe gleich mal ausgerüstet ja ich muss nur kurz das dahin dann das hier hin und dies dorthin da die kanade so die zwei ach die haben gar keine schilde wow ja dann äh oh die chain gun wow wow oh öh und oh bist du oh ich muss wieder an ... rückkommen ich weiß fast auf das Ding hinlaufen oh 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 ich komme gleich ich komme ich bin zu weit vorgeprescht er wollte gerade irgendwie meine pistolen nicht aus wenn du hast noch leben ich lebe noch hier ist doch bestimmt irgendwo was drin ja und wenn es gegner sind ja ich befürchte wenn wir da runter gehen werden werden leben ich lebe darum ist noch mal leben und da unten auch ja alles klar wenn ich halt das leben da oben wir sind einfach wir sind einfach ein unschlagbares team ich weiß das war best ich habe ich kraftschild ihr das doch kurz vorher so weg ja oh mein gott ja ist gut runter hatte angst bekommen weggebämmst weggebämmst einfach so hochspringen ist unfair steuer nicht wenn ich mich so vor schreck und so wird schon ich war hier unten rechts oben geschossen ja aber kurz vorher habe ich auf dich ach so ich will nicht außen rum gehen noch mal liegt doch sicher noch irgendwo muni rum ja kann ich da einfach ich kann sie nicht von unten werden die ist hier schon wieder kurzzeitig weggekrabbeln bei tom war der anniversary hat es funktioniert da hätte ich hier unten hochspringen können und hätte mir das ding gegräbt oh gott die nächste heilung ist für dich definitiv ja wieso hängt hier ein speer habe ich davor auch hingeschleudert da war doch noch zu oder also eigentlich bist du daran keine ahnung ist der heilung drin ja okay wir sollten von links beginnen ja und ich sollte vielleicht schon mal was für dich reinschleudern ja oh gott jetzt ja dann darfst du mich gleich hochholen ja perfekt es hat besser geklappt ja es hat besser geklappt als ich dachte aber das hier wird jetzt warte warte was macht das in der mitte da ich bin mal ganz kurz ich auch erstmal testen ach das ändert die richtung okay wir brauchen uns erstmal in die richtung ja okay ich komm schon mal und jetzt müssen wir es ändern genau perfekt und und okay das war jetzt gar nicht ja und der ist ein munitions und der roter Schäde aufgestellten und das sollte mal ich dachte vielleicht könnte ich damit das ding da unten schon treffen aber nö bist du bitte nicht zu viel erwarten ja war es was denn ach das kommt und gegen alles klar lief gut alles klar lief hervorragend das ist nett ich wachs ja immer wieder zu sagen wenn man hier als zuschaut dann muss man sich das doch voll facepalmen ach da ist eine treppe da ist eine leiter in der mitte oh aber du kannst mich auch hier mal an die klammer nehmen dann kann ich den roten Schädel holen kommst du wieder hoch bitte nehm ich mich an die danke also müssen wir auf die andere Seite auch noch mal machen ja jetzt warte bis das durch ist ja ja warte mal aber das Feuer ist aktiv oder halt deaktiviert die sich ach nee sag mir nicht wir müssen dann da rüber laufen so ah wartest du ja ich wollte gerade sagen wenn ich hier einfach ja perfekt okay ich bin zwar gestorben aber hey aber hey wir haben's äh äh ähm warte mal das ist jetzt aber nee das äh kann so nicht äh oh du musst dich runterseilen ich wollte dich runterseilen oh nein die ist einfach die ist einfach schon hochgegangen obwohl ich das gar nicht wollte das äh mich an das sieht süß aus oh mein nein ne ne passt ach so dich hat irgendwas erwischt ja ich wische ich wische oh äh 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 ähm ja ja du musstest schön hinter mir bleiben ja bin ich doch eigentlich oh Gott wir werden auch noch verfolgt pff ah du musst dich mal um unseren Verfolger kümmern nebenbei okay wir können rüber oh Gott sorry die mussten weg ja die ist eine heilung für dich ja du auch die heilung nice oh Gott der explodiert bleibt was war das denn ach du bist schon wieder du hattest doch gerade noch viel mehr leben als ich ich bin dir irgendwie runtergekriegen okay what the fuck ich bin schon wieder weg ja ich weiß nicht ich hab's demonstriert da bleibt man ich hab's nicht gesehen ich hab's zweimal nicht gesehen was du gemacht hast ja warte jetzt ist mein Leben ja auch vorbei also hier na gut jetzt hat's nicht ganz so geklappt aber naja muss ich hab mir eine Brücke gebildet naja das danke bringt nichts ich hab schon alles geholt ja ich kann mir die Kugel hier rüber holen was soll das bringen I don't know ich schiebe ich die mal hier rüber ne soll man die etwa nach da oben links bringen geht das war der Einschalter weiß ich nicht Achtung Achtung ich hättest jetzt auch nicht riskiert an deiner Stelle okay ich dachte ich könnte vielleicht drüber springen hast du gut gemacht aber dann ist die Idee schon mal gestorben wo starten wir jetzt ich weiß nicht vor allem grüßt mich nochmal ah ok wieso ist hier eine Kugel ich meinst heilen sie oh 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 ich bin mir ziemlich sicher dass man die da hoch bringen muss wo war noch mal die Heilquelle oh die war da oben links ja äh 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 ich durfte nicht durchgehen ich musste dann äh ein Ding entschieben dass du da pausieren kannst äh glaub ich glaub ich da ist die was eine Quelle ja ganz genau da ja ich verbirnst dich da etwa auch oder wie hallo ok da kommt ja äh genau das warte lieber mal kurz ja ich weiß nicht warte lieber ich muss halt hier bleiben aber dich kriegt man ja rüber nice nice ok und eine Windtrommel bekommen was macht die haha hallo unten plus Waffe plus Tempo was hab ich jetzt drin äh ja das nehm ich von rein Waffe und Bombe und Tempo und Bombe nehm ich von rein nehm ich statt Waffe und Bombe ja ja fast ja das Zeug wird immer besser ja definitiv aber das soll es ja auch sein ja ähm so das müssten wir wieder rüberkommen ja ja das ist ja jetzt chillig das verfolgt dich ja jetzt nichts also bitte warum nicht danke 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 schön danke danke schön oh Gott oh mein wieso spring ich wieso sterbe ich dann erst beim aufkommen da war gar nichts äh wie solltest ja aber ich befürchte dass da oben rechts noch was special ist was was niemals oh Gott ja da ist noch was special gut yay weil das war eindeutig der schwerere Weg deswegen dachte ich du was guck mal auf meine Chips hä wie du hast null keine Ahnung als ob das dir so viel abgezogen hat ey ich seh das gerade ich so hä wieso hab ich null also wenn das Video hier raus ist bitte mal falls es euch aufgefallen ist äh die die Stelle im Video verlinken einfach hier die die äh Stelle reinschreiben in die Kommentare das würde mich jetzt echt mehr interessieren vor allem ich kann das ja eigentlich nicht gut ich bin es ja auch häufig in diesem Level gestorben ja aber sieht das so wahrscheinlich auch nicht gerade selten gestorben also strange vor allem ich hab was eingesammelt das weiß ich na ja hallo noch mehr oh ne ja okay warte 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 ich komm zurück und jetzt müssen wir uns das erstmal zurecht drehen wir müssen uns jetzt dreimal glaube ich eins zwei drei ja dreimal erstmal abknallen zwei hallo hallo damit wir das nämlich nur einmal drehen müssen mhm und dann vielleicht während dem drehen dann schon draus springen aktiviere aktiviere es aktiviere es nice 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 ok 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 was also komm das war doch wohl ein perfekter lauf ja ja du kannst natürlich einfach drauf knallen ist okay ich verstehe schon ich weiß dass ich keine knarren habe ach das war doch gut dass ich doch ruhig mal gut fühlen erlaubt es doch bitte jetzt aber dasselbe drin dieses spiel das ist so schön aber macht einen zugleich auch so fertig ja das ist der wahnsinn das das ist wahnsinn warum schickst du mich in die hast sogar zu dem level hier das ist wahr ich treffe es nicht danke ja du kannst nicht warten okay das hatte ich schon verstanden ich habe es gesehen das zieht zwei mal 2600 jams ab ja ich war doch nicht im feuer ich bin da voll drüber gejammt scheinbar ja nicht als danach das ja das plus upgrading hast gesehen ja das wollte ich hier wollte ich ihnen nämlich holen gehen geht das ja nice also im zweifelsfall einfach über die kante gehen okay natürlich funktioniert halt auch wenn man es richtig machen würde ich lebe ich musste erstmal realisieren dass ich da es geht nicht es geht gleich weiter weiß die zuschauer müssen sich doch denken wo ihr seid voll aber hey wenn es funktioniert du hast es ja gedreht alles klar ich lebe ich dachte ich mache es dir ein bisschen schwerer der hat schon man pro kriegt es trotzdem hin ja immer opfern sie dem skorpion wappen drei skelette welchem skorpion wagen warte mal dann lass uns erstmal rumdüsen hier ist ja hier hier da müssen wir sie zerstören ja oh gott wo bin ich ich sehe mich nicht achte unten ist okay ja ich muss das mal kurz wahrscheinlich die die man wegbomben muss nämlich an ja 1 ja ja wie die musik ich wollte es gerade sagen wie die musik so wie merkst du dass das spiel macht sich über uns lustig ja ich merke das schon spiel ich merke das schon ja komm noch ein bisschen zählt er ja wunderbar ich glaube auch da ist sogar dass die ganze fläche hier oben zählt okay ich gehe mal eine runde nach da unten vor dem ich habe noch ein was weiß wer es ich wollte halt einfach ein bisschen auf sicht kalt spielen das heißt die dich killen dass ich nicht gleich mit einem getümmel drin hängen einen habe ich auch der steht da perfekt nein 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 jetzt liegt er da drüben ich probier's jetzt einfach weil wir haben noch ne jetzt halt nicht ne oh nein der liegt da ist so perfekt aber ich kann nicht oh gott warte ist egal der hat sich schon wieder belebt warte 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 spiel safe bis ich da bin okay bin da da nein oh der liegt nicht gut komm her komm her nein der liegt nicht gut probier's 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 nein der liegt da nicht drauf jetzt ne der da vielleicht jetzt nein nein ja was zum was soll das denn was soll das denn ich frag's mich auch grad okay okay was zum ich bin doch einfach alles verpackt ja natürlich vielleicht sollten wir auch erst die flammenwerfer viecher wegmachen hier jetzt jetzt na der lag eben gut drauf oh gott ich bin ja schon weg ich mach lass uns erstmal die flammenwerfer viecher wegmachen ja solange wir keine bombe legen zerstören wir die anderen ja eh nicht dann haben wir es nachher leichter so jetzt können wir uns um die skelette kümmern zwei von drei okay ne der liegt nicht ne was zu geier der liegt aber sowas von ne der der aber nicht oh was hä was als teufel oh oh okay alles klar okay ich frag nicht ich hab keine muni mehr okay er wechselt automatisch auf den sperr wenn ich keine muni mehr habe aber er wechselt nicht zurück auf das was ich vorher habe das ist auch ein bisschen schade über diese ansprüche ist du was das hätten wir ja wohl erwarten können was hält der da vor sich der hält der irgendwas vor sich ah jetzt ja das musst du mit dem granatenwerfer backpensern bänsen stellt wurde voll getroffen ich lasse es mal dir weil du brauchst beides unterlag beides wie man das leben nehme ich mir ja ja ne mann auf jeden fall so ja ich sollte auch richtig rollen uah ich wusste es könnte nicht mal hier funktionstüchtige Brücken haben das wäre sehr nett von gehen oh gott da kommt auch noch flammen Zeug das wird auch nichts und wie das was wird wenn ich dir sag das wird was dann wird das auch was siehst du vollskillig so durch also ich meinte dich nur ich habe sogar den zweiten schädel geholt das hatte ich eigentlich auch vor aber ich habe mich leicht vor natürlich drungen hört es auch wieder auf bitte kommen sie wir kommen ja schon ja 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 das ist was man hat überhaupt nicht gemacht was ich wollte meine güte ich habe den letzten schädel sind es ja da war ich eigentlich gerade auf dem weg aber ich wollen dass das immer heftiger wird das hätte ja irgendwann entweder aufhören können oder gleich bleiben können wenigstens aber nur es werden immer mehr wir haben alle zehn schädel ich denke mir beim nächsten mal boston bis auf die fünf minuten aber die kann man bei uns eh vergessen auf die legen wir es ja absolut nicht an nein aber wir haben gut abgesahnt vor allem ich behaupte als blindspieler kriegst du wirst wahrscheinlich nicht die fünf minuten und die restlichen dinge oder ähnliches bei den anderen werden auf einmal hin ja aber gut wir haben echt gut abgeschönt ja wir haben unten alle upgrades wir haben alle bonus herausforderungen abgesehen von der zeit herausforderung ja da bin zufrieden kann sich doch sehen lassen dann hoffen wir dass es euch gefallen hat und dass ihr beim nächsten mal auch wieder einschaltet was auch immer uns da erwarten wird ich glaube auch irgendwie boss aber mal gucken und ja schaut bei mir als anderen vorbei wenn ihr denn lust habt und ich würde sagen wir sehen uns hoffentlich beim nächsten mal bis dann tschüss ciao ciao